hey an alle sobald ist da draußen und willkommen zu custom zombies die web heißt harve ne the harvest moon musste aber eine mod starten kansas oder so aber egal ja mit dabei ist wieder rice hi rice hallo hallo da steht es irgendwie nowhere in kansas und es ist episode 1 also denke ich mal dass da gut die beschreibung hat auch da kann man rauslesen dass es wirklich mehrere davon machen will der hat irgendwie geschrieben die schule die map hier ist von fernsehserie und das fernsehserie wie ist es irgendwas hörsch jetzt haben play the song der zieh mit Lantels. Ach so schlimm, Rapidfire Pistole hast du am Anfang. Was haben wir hier? Gewehr 43. Oh, ein roter Mond. Stay on the stones or die. Wo? Ach hier. Okay. Gibt es noch andere Waffen oder? Hier geht es runter. Hier ist die Kiste. Ah, noch zu. Okay. Glitch, glitch, ich glitche. 1000, da drin hängt irgendwas. Death Zone, können wir 2000 öffnen. Find the face, find the slab, find the face slab, face slab. Okay. Okay. Drinnen gibt es noch eins. Nein! Muss ich mir auch noch ein Gewerk kaufen? Hier ist Munition, aber das ist außerhalb. Ich kam nicht ran. Du kommst dort nur ran, wenn da ein Zocker lang rennt und du dich ranziehen kannst. Willst du mir helfen? Das ist ein Nuke. Oh, alle. Ach, das sind nur Insta-Grenades. Stimmt ja. Ja, das ist ein Nuke. Klasse noch. Position. Dann sind sie weg. Komm ich hier! Geht's auch gar nicht lang. Was? Ach, The Gallery. Hab ich da jetzt eh gesehen. Ach, The Gallery. Hab ich da jetzt eh gesehen. Woll, 22 Punkte. Schon mal huge. Hätten sie sich double tap. Was haben wir da? Ich glaub das sind alle Perks in einer Reihe. Woll. Nicola is awesome. Ich kaufe einfach mal hier die Tür. Ich hab ja 4000. Hier ist ein Telefon. Falsch gemacht ne Band. Ach man. So. Was haben wir hier eigentlich? Quick Revive. Aber wie ich es nicht... Wer kann ich hier nicht kaufen? Was? Ich hab dir einen Tür freigekauft. Ah, hier sind Bouncing Bettys. Brouncing Bettys. Gib mal die Bau aus. Gib mal die Bau aus. Ich hab hier ne Nuke. Die nehm ich aber irgendwo nicht. Also ich hätte... Man ey! Ach right. Warum hat man noch Auto Attack auf den... Zombie bitte? Wenn der schon tot. Der Mond ist ja übelst nice. So hier geht's dann auch noch mal runter für 1000. Ich denk mal ich glaub dann erstmal drinnen weiter, oder? Aber wie geht's drinnen überhaupt noch weiter? Nee da geht's nicht gut. Oh hier ist Unterkill. Was ging nicht weiter? Außer hier vorne ja. Hier könnte es noch weiter gehen ja. Auf hier. Hier. Courage. Ah ja. Von der Verhandelsendung hat er die Map gemacht. Courage the Cowardly Dog. Oh fuck. So hier haben wir ne Mi. Hier haben wir nen Bowie Knife. Ich geh lieber wieder runter. Au. Ach ähm. Bye genau. Wir sind sie ja retten. So. So Doppel Barrel. Shitgun. Hier ist nen Bowie Knife. Naja hab ich ja irgendwo schon gesagt. Oh. Alter wie weggeflogen der Arm eben weggeflogen ist. Das Ding ist auch voll im Weg hier. Sollte man nicht nen Bowie Knife schneller benutzen? Ähm. Ne. Aber das ist stärker oder? Stärker auf jeden Fall. Oh. 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 Oh maens. Wissen. Bissen. Oh. Ging so oben weiter? Mmh. Jaa. In einen Raum ging's dann. Find's der Face. Oh. Da will irgendwas nach unten kommen. geöffnet es gibt hier nicht echt 100 anscheinend wo doch insta kill 154 was hier zusammen kämpfen oder so kommen wir ganz unten vor die die hole ich mir erst mal ich kann man auch raus bzw die waffe hört sich an wie bei also von außen hört sich die an wie und black ops 2 eigentlich gar nicht find ich schon ordi robert feuer bist du es für kai hat mich an meinen bein erwischt holger auskaufen mit der war das tausende station was geöffnet wo er nicht musikern es hat man sich ja nicht auf ins baum kann man da... kann man da gut campen wenn man da hinten das nicht aufkaufen kann man eigentlich bestimmt nicht campen wo rennt der dagegen bitte? keine Ahnung weiter kann man da noch mal was ist das nicht? ah! down ich soll grad sagen nein ich geh nicht da und ich bin Bryce aber ach arm jaa wie er eigentlich gestorben ist armeree hat ja gar nicht so lange gedauert bis wir wieder auf dem alten Stand sein was hast du auch gekauft du suck du ich wollt kaufen ist ja egal ach vielleicht haben wir jetzt hier die box aufgekauft die box ist hinter dir und die ist nicht aufgekauft worden was haben wir hier? ja war das eben schon so kann man auch nicht mal aufkaufen irgendwas muss man auch jetzt hier ich... hier kann man auch was aufkaufen jetzt so naja aber was haben wir jetzt auch gekauft? keine ahnung irgendwo wo noch weiter weg ist also ja ich hab's eigentlich so oben gehört also ein zweites stockwerk gibt's bestimmt noch hier ja man kann da oben gehen oder was oder was Telefon hängt einfach mal an der Wand naja da kannst du nicht weiter ne ich weiß ich weiß ich war knapp next ammo hab ich hier ja nimm ja 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 er ja 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 einfache ja Thunder Gun ich kann dir was ok kann man doch aufkaufen die ist eine Tür ist eine andere Tür hier ist die Thompson wo im Bett drin steht da ist die Thompson hier kann man auch eine Tür aufkaufen ein Scheißfahrer ich klitsch oh alter du bist toll kannst du noch höher ihr kommt sogar die Zombies nicht mal hin zu dir ist mal da unten nicht alle ich glaub wir kommen gar nicht die Zombies zu dir warte mal ich mach mich hoch was geht lass mal alle ankommen hm mhm 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 hier steht nach boden 1000 muss man hier kurz kämpfen ich kämpfe oben nicht aber dann kämpfe ich unten wir müssen erstmal strom und so finden kein bock hier so lange ohne zurück zu reden genau deswegen der tode zombie hat mich geplot bockt deswegen konnte ich da nicht vorbei rennen und der von hinten wollte mich gerade schlagen ja der zombie kann mich nicht schlagen oh doch der kann hier hochkommen lol ich hab die nuke gar nicht aufgenommen wieso ist es dann explodiert ist irgendwas noch was weiteres gedroppt irgendwo ich kann hier auf dem fensterbrett stehen lol guck mal lol mp100 strom ist an ja die somis gemischt an computer leuchtt ich hab die computer angemacht der schon an ja ich hab darauf gekriegt hat er angefangen zu der schon an ich habe eben strom angemacht dort wo waren da ach so da hast du strom angemacht ja das war der pc dann lass wieder nach unten gehen mal gucken ob wir da was wo waren denn die box da hinten oder was ist aber noch zu müssten wir mal irgendwie weiter gehen so eine coole web irgendwie für so eine fernsehserie da rausgemacht sag ich mal das sind wie der fernsehensinn bislang er hat er kann so dass wir angucken ich hätte mal den namen auf ja klar kann ich mir angucken aber für den deutschen TV nein ich bin aber auch bei Dings ich will jetzt nicht die Plattform sagen ja und ich will es ja mal nicht angucken ich sage es aber mal wissen wie sie sie ist nicht schlecht sie ist nicht schlecht sie ist nur so betonen oder so ich habe ehrlich gesagt Zeichen zuerst der warte mal hast du noch zombie aber hier rennt da irgendjemand da kommt der der kommt da da kommt er nein warte mal der hat den Arm schon verloren oder? ne ähm nö warte ach man weil er eben schon einen Hinten machen glaube ich bekommen hat ähm was ist das? au aah ich hatte einen Hinten ne da muss ich nachher in Ruhe durch das ist die Death Zone Digga das ist die Death Zone 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 ich erinnere mich an Aztec da war es ja auch mal so da oben ähm da musste man den dann auch dann irgendwie da war erst Double Tap und dann halt so ein Adlerind das man auch nicht glaube ich den nennen kann weil war ja nur ein Leg da war ein Max Ammo Max Ammo Max Ammo Max Ammo ich kauf das mal hier einmal FG du musst auf den was muss ich? auf den Steinblatt musst du lang gehen bin ich doch ja die kam gerade so vor dir oder hier ist die FG 42 die FG 42 die FG wirst du da lang gehittet? ja es kam halt diese schnelle anhitten da war es so uh das haben wir noch nicht drin ne Maschinen oder was ist das? was haben wir hier? das ist gar nicht mehr du sagst hast du ne jetzt gekillt? ja wieso? er wollte es so ich hab grad irgendeinen Ton abgespielt ja hier ist ausgelassen ja ich weiß das finde ich geil dass er von jeder Map auch solche Infos gemacht hat gibt es jetzt eigentlich irgendwas drinne? äh wow ich hab kein Geräusch einfach nur BAM in your face spawnen die denn? oh meine ich hab ja auch wieder die Muni für die Pistol Ich bin raus Ich habe Moni Auto Ah, ich kanns nehmen Ich bin grad die FNGs, 42 Das ist egal, die RISE Die RISE Die RISE PHD-Fropper 5 5 Auch geil gemacht Origins Breed 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 Die RISE So, sonst ist es eigentlich nur ein Ausstellungsraum oder was? Open door Hier steht open door Die RISE Okay Ich habe noch eine Tür gekauft Hier ist noch eine Auf der Seite hier, wo wir gerade waren, habe ich alle Türen gekauft Außer es war ganz hinten noch ein Dingens Nein, das war ja die erste Tür Okay Alter, kommen jetzt viele Hier ist noch eine Tür Da auch noch Aber wie viele Türen gibt es denn hier? Na, ja, scheiße Komm, bist du erst da reingerannt, scheiße Das ist sinnlos Das ist sinnlos